so und da ist es das sind unsere wildsamen ich mache mir das jetzt mal so in dieses kleine dinge hier drin, damit ich das gut verteilen kann oh, da sind noch ganz viele kleine drin, die muss ich dann noch gesandert raus tun und jetzt versuchen wir die mal ganz großzügig hier zu verteilen da ist lauter feines Zeugs drin am Film trauen, dass überall ein bisschen was ist dann haben wir hier noch ganz viele kleine, die müssen natürlich raus seht ihr das, da ist noch rechte drin und lässt sie nicht unbedingt alles auf einen so und leer und jetzt drücken wir das ganze nochmal schön an damit die die Verbindung aufnehmen zum Boden und dann schön keimen können und dann warten ein bisschen angießen noch genau und dann ist gut und dann warten und schauen was kommt so dann 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 dann